Ja, wenn wir wirklich Königin sind, dann finden wir sicherlich einen besseren Weg. Und ja, wir haben es fast geschafft hier auf jeden Fall. Und ja, wir sind immer noch ein bisschen wenig, wir sind immer noch depressiv. Und das müssen wir auch noch bis hier balanciert halten. Ich finde das hier auf jeden Fall vollkommen okay. Okay, wobei ein bisschen alleine sein kann man auch machen, aber hier ein bisschen Druck haben, das ist eher nicht so gut. Und hier ist auch eher gut mehr willenskräftiger zu sein, deswegen finde ich das momentan vollkommen okay. Äh, genau. So, ich hoffe, wir kriegen irgendwann ein neues Outfit oder so. So, was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir haben hier jetzt Dance und Flexibility in der letzten Woche geübt und kriegen hier einen Bonus von 0,0. Achso. Okay, jetzt kriegen wir bei Expression einen Bonus von 1,3. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wir haben jetzt einen höheren Bonus als in der vorletzten Woche. Das ist eigentlich mehr als gut. Das ist wirklich mehr als gut. Weil hier bringt das gar nichts. Hier haben wir plus 0. Aber wir können das auf jeden Fall ruhig machen. Ich kann das wirklich ruhig machen einmal kurz. Ja, Athletics, nee, da können wir mit einem nichts machen. Hm. Waffentraining. Waffentraining wäre auch nicht schlecht, damit sie mutiger wird. Wir können Waffentraining machen, aber vorher müssen wir erst warm werden. Faith. Meditation. Meditation. Faith. Haben wir da irgendwas Negatives? Nee. Nee, da haben wir nichts Negatives. Wir können hier auf Meditation gehen, die innere Ruhe finden. Wobei, es wäre doch besser, wenn wir vor Sport machen. Hm. Aber wir haben schon Sport gemacht. Ach komm, wir tanzen nochmal. Dann können wir immer noch hier Schwert, ja, mit dem Schwert umgehen. So, mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Ah. Da wären wir auch besser beim Tanzen. Das ist nämlich sehr gut. Und wir üben erst mit dem Holzschwert. Das ist nämlich auch gut. Gut, wir wollen ja nicht direkt mit dem metallen Schwert hier anfangen. Und üben unsere Haltung. Er liebt mich, äh, liebt mich nicht. Lotti, hast du einen Freund? Nicht, äh, wirklich. Ich mag es nur, mit Blumen zu spielen. Was? Plötzlich, äh, Usul rennt durch den Garten und hält ein Schwert auf dich. Wieso? Was habe ich gemacht? Oh, äh, nicht, nicht, nicht auf mich. Auf deinem Fuß? Prinzessin, bewegt dich nicht. Äh? Wir haben... Oh, das ist mies. Wir können unsere Position nicht halten. Vielleicht brauchen wir da auch mehr Fähigkeiten dazu. Das ist sehr mies. Und deswegen schauen wir nach unten, wo ihr Schwert gehalten wird. Da ist eine Schlange im Gras. Ja. Du schreist und, äh, hüppst zurück. Und die Schlange wütet auf und bereitet sich auf den Angriff vor. Nein! Deine Cousine schubst sich zur Seite und die, äh, Zähne der Schlange biss sie ins Bein. Lottie? Zu spät. Juliana schwingt ihr Schwert und schneidet den Kopf von der Schlange. Was passiert hier? Ihr Tochter wurde von einem, von einer Schlange gebissen. Die sind giftig. Los, hol ein Herbalist. Sofort. Ich werde meine Tochter versorgen. Ich, ich, ich vertraue niemandem. Außer ihr sicher zu, äh, ihr in Sicherheit zu wagen. Es, es tut mir leid. Ich fühle mich nicht gut. Wir werden nach Hause gehen. Sofort. Zu Merwa. Ihre Tante hat einen Punkt. Äh, die Schlangen sind hier nicht, leben hier eigentlich nicht. Die Schlange sollte hier nicht sein. Jemand hat versucht, dich zu töten. Wird, äh, wird Charlotte okay sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was hier jetzt los ist, Alter. Jo, äh, Charlotte wurde gebissen. Und jetzt will ihre Tante, sie, die beiden, nach Hause gehen, beziehungsweise bringen. Und ich hoffe, dass Charlotte es dann gut geht. Jetzt noch in den Dungeons zu gehen, eher nicht. Jetzt werden wir wieder depressiv. Das ist nicht gut. Und wir sollen mit denen reden. Ich möchte nämlich sicher gehen, dass sie auch geheilt wird. Was willst du mir nicht beibringen? Zweitens möchte ich wissen, ob du den Kristall von deiner Mutter hast. Was für ein Kristall. Die Quelle von, die Quelle der Kraft für jeden Lumen ist ein magischer Kristall. Ähm, wenn du dich mit dem verbindest, dann wird es ein, ein, ein Teil, äh, mit dir sein, solange du lebst. Und dieser, äh, Kristall wurde von dem Herrscher, äh, quasi weitervererbt. Für Generationen. Es gehört dir, nun, außer, wenn der König das von dir abgehalten hat. Hast du ein Kristall? Auf jeden Fall. Ah, so sieht der Kristall aus. Das ist sehr schick. Hm. Ja, ich berühre den Kristall und, ähm, ja. Oh. Es gehört mir. Keinen kann es von mir nehmen, bis ich sterbe. Du musst das Kristall finden, das dir gehört. Und das heißt, wir müssen, ähm, ja, in den nächsten Wochenenden mit unserem Vater reden. Und ihn fragen, ob er das Kristall hat. Dann können wir von ihr nämlich die Sachen lernen. Was hätte denn passiert, wenn wir sie nicht, äh, reingelassen haben? Hätte Schlimmeres passieren können. Und deswegen finde ich es immer noch eine gute Entscheidung. Bislang hat sie sich nicht negativ auf, äh, verhalten. Und deswegen, ja. Ja, sie ist verängstigter geworden. Und ein Glück, dass sie nicht depressiver geworden ist. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Okay, wollen wir mal gucken, wie unsere Statuswerte sind. Ja, Tanz ist auf jeden Fall gut. Ja, jetzt können wir mit Waffen nicht mehr trainieren. Wir kriegen Minus. Wir kriegen Minus. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Tanzen auf jeden Fall Bonus. Das ist eigentlich sehr gut. Aber wir wollen jetzt nämlich ein bisschen meditieren. Erstmal uns kurz beruhigen. Und dann, ja, weiter tanzen. Denn dort haben wir einen schönen Bonus. Und das machen wir. Ja. Und wir sind beinahe eingeschlafen. Ah, wir üben verschiedene partnerische Tanzpositionen. Oh, und wir versuchen, Takt zu halten. Schnell und langsam. Was passiert denn, wenn wir es voll haben? Das Schloss wurde ruhiger mit Charlotte und Emry und Sarah und ihre Eltern, seitdem sie weg sind. Und es scheint, dass wir mehrere Diener jeden Tag kriegen. Ich war so um Sorge mit Charlotte, nachdem die Schlange sie gebissen hat. Aber ihre Mutter sagt, sie ist okay. Also denke ich, dass es gut gelaufen ist. Vielleicht hat sie einen Beschützerengel. Okay, das freut mich auf jeden Fall, dass der GIF nicht erfolgreich war. So, what are we doing now? What are we doing now? Wir müssen auf jeden Fall mit unserem Vater reden. Wir brauchen das Kristall. Vater, was passiert denn mit, äh, mit den Lubenkristall von unserer Mutter? Es befindet sich in einem sicheren Ort. Kann ich's haben? Nein. Aber es ist meins. Wenn man mit Magie zu tun hat, das hat unsere, das hat deine Mutter getötet. Ich, ich will's nicht, dass es mit dir auch passiert. Wenn du zu einer gekündigten Königin wirst, dann kann ich dich nicht stoppen. Du kannst dann machen, was du willst. Aber für nun bist du immer noch ein Kind. Ah, sie sieht jetzt auf jeden Fall selbstsicherer aus. Und ich gucke mal. Sie? Ja. Ist auf jeden Fall noch selbstsicherer geworden. Und das brauchen wir, äh, um Königin zu werden. Und, ja, wir können schon bald richtig perfekt tanzen. Okay, Waffen gibt jetzt einen Bonus von plus 0,10. Und das können wir machen. Und das können wir machen. Intrige. Können wir, könnten wir auch machen. Militärische Strategien. Und Lumen. Aber können wir den Lumen schon machen? Nee. Also, wie es hier aussieht, nicht. Hm. Foreign Intelligence. Intrige Militär, ja, Militär und Lumen. Ballumen können wir noch nicht machen, oder? Nee. Aber ich würde sagen, wir machen... Äh... Wir könnten mit der Waffe üben, ein bisschen. Aber andererseits... Würde ich eher die Bonus nehmen. Ich würde tatsächlich eher die Bonus nehmen. Intrige. Was die anderen machen... Ja, was andere Länder machen. Lesen lernen. Und ich glaube, wir können das hier machen. Und dann immer noch ein bisschen mit der Waffe üben. Ich glaube, das mache ich so. Ah. Wir lernen, die Wörter zu lesen, die in umgekehrten Reihenfolge aufgeschrieben wurden. Alles klar. Und das führt dazu, dass wir unsere Muskeln aufbauen und sie auch gut kontrollieren können. Oh, wir machen Fortschritte auf jeden Fall. Eine der Maiden... Äh... Äh... Brauchen... Deine... Deine... Aufmerksamkeit. Meine Lady... Ähm... Wir haben einen Duke of Sedna... Nein, meine Lady... Sie ist in Thalassé. Aber sie haben dir einen Brief geschrieben. Und ein Geschenk. Was? Was? Tod von... Tod von wem? Oh! Oh! Was für ein wunderschönes... Äh... Necklace. Halsband? Etwas, was funkelt fühlt, macht mich glücklich. Ja, wir müssen noch sehr viel lernen. Noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Und alles in einem Tag kriegen wir das auch nicht hin. Hm. So, da wir jetzt das Kristall haben, können wir wieder mit Ursohl reden. Mein Vater hat gesagt, ich kann das Kristall nicht haben, bis ich Königin bin. Also müssen wir nun warten. Da gibt's vielleicht nicht mehr zu viel Zeit zu warten. Die Welt ist gefüllt mit Gefahren und du wirst die Kräfte des Lumen brauchen, um sie zu bekämpfen. Du kannst nicht trainieren, bis du dich nicht mit deinem Kristall verbunden hast. Nun, dann... Was muss ich denn machen? Äh... Das Kristall ist wahrscheinlich in Behütung von der... Ähm... Royalen Treasury. Du bist die Prinzessin, also sollst du... Sollst du einen Weg nach innen finden. Andererseits müssen wir drastische Maßnahmen machen. Welche drastische Maßnahmen? Was meinst du mit drastische Aktionen? Lass uns hoffen, dass es nicht dazu führt. Versuch, äh... Diesen Kristall zu erreichen. Wenn du nicht kannst, dann komm zu mir und sprich mit mir. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017